Ich bin schlecht. Oh oh! No 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 no! Was? Was ist schlecht? Das ist schlecht, der Film. Das ist die Gegenteil. Ich könnte an mir liegen. Mein Mann ist schön! Ich bin ein komisches Schwert. Das war ein Nahkampf dann wahrscheinlich. Schwerter-Sinn-Nahkampf, ja. Was ist denn für eins? Äh, Feuersturm. Ah. Oder den Sternendingen wählen wir nicht. Wart war den da? Eigentlich wollte ich den Speer aber nicht abgeben. Halt. Wieder zurücksperren. Nein, einsperren. Tupo. Hm. Hm. Nee. Oh. Rollo. So schwach wie die Sperre jetzt mittlerweile sind, weil sie nur noch plus zwei sind. Ich mag sie. Du müsstest da halt beim Affen aufhärten. So, was kriegen wir denn hier? Gegen den Strom. Du generierst nach Treffern eines Feindes. Je Sekunde lang. Je Sekunde 15% Munition im Magazin. Du verlierst je Sekunde. Was? Je Sekunde eine Munition, wenn du innerhalb von vier Sekunden keinen Feind schaden zufügst. Äh, nein. Die Sprintfähigkeit erhält drei Ladungen. Munitionskürtel. Ah, Munitionskürtel ist gut. Mehr Munitionskürtel ist gut. Du hast oben rechts und oben links eine Karte gegangen. Nee, sie waren ja am Versteck. Nee, sie waren ja am Versteck. Ich bin wieder. Du darfst mich nicht alleine lassen. Ich verlaufe mich hier. Du hast oben rechts und oben links eine Karte. Ah, die ist mir noch nie aufgefallen. Du musst keine Sorgen haben, du verläufst dich auch wenn wir dabei sind. Das ist eine komische Waffe, diese Feuerheilgetto. Ja, das ist es dann. Ich bin noch nicht mehr sicher, ob ich einen Schaden mache. Nee, erst mit der Explosion. Ich mache erst mit der Explosion Schaden. Na, okay. Ich weiß, was ich als Nächsten da weggebe. Vielleicht eine andere Waffe. Hat irgendjemand eine Waffe gefunden? Äh, im Versteckladen noch welche. Ja, hätte ja sein können, dass ich jetzt gerade... Ansonsten hier ist ein Händler. Kommt doch eine. Wunderbar. Wie geht das ausgeben? Hallo Händler! Was zum Ausgeben da, Hutz? Oh, Kroversionsfan. Bin nur ein Fein. Ah ne, das ist schon wieder das da. Das wollen wir nicht. Regenbogen oder Engelsaura? Nehmen wir mal die Engelsaura diesen mit. Ja, nehmen wir die Engelsaura. So, jetzt haben wir die Engelsaura. Und... Nein! Ich will diesen Fall nicht hergeben. Gib mir meinen Fall zurück. So, den muss ich noch bei dem Dicken upgraden. So, Digge. Mach den bitte stärker. Äh, verbessern. So kann er noch einmal verbessern. Na schön. Zwei viel Geld gekostet, aber jetzt ist es ein 4er Fall. Arsch. Slusive. Omkauern Jesuutern auf sie. Oh, Mann. Nein wierd viera. Sondern rent nicht auf sie, hinter haben mich ist es nur noch mit. Boah, die ist hier zieht aber ordentlich. Wo wir noch mehr haben wir. Ok, draußen sind wir gut. Das ist egal. Hier noch schönes drauf. Feinde! Wir haben einen Haufen. Ja, ok. Ich glaube, ich will den Stern nicht dafür. Super, jetzt habe ich gerade eine Waffe gekauft. Den anderen habe ich abgebradet, super. Das ist der Pfeil hier auch noch besser. Was ist denn sonst? Das sind zwei gute Waffen mit dir rumfragen. Autsch. Ui, 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 das hat weh. Hat dich einen Bandit erwischt? Nee, der eine, der angetränkt kam. Ah ja, das erfindst du aber nicht. Der nervt mich auch gerade so ein bisschen. Ah, ok, ja ok. So, wo auch hier braucht es manchmal noch? Heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Oder in das Leben? Oh mein Leben. Mein Leben. Du hast den Speer hier. Er ist ein anderer. Ah, ok. Ich habe ausgetauscht. Also ich habe meinen, den ich ge-skilled habe, Speer, ausgetauscht gegen den, der gefallen ist, weil der einfach besser war. Also es ist ein Vierer schon. Aber es ist, der andere war besser. Oh je schon. Ja, kann ich nehmen die Pferde. Die ist wichtig. Wichtig. Vorletzter Bereich wieder. Schon wieder. Von der Ebene hier, ja. Ach und EXO, da drüben steht auch noch so eine riesige Batman-Figur. Kann ich noch später gleich mal zeigen. Ja. Merke, du hast Heilung kniebchen schnell geskillt. Nö. Heilung nicht geskillt. Ich habe das Spiel alleine geskillt. Also wäre es ja Quatsch, da die Konfliktion lässt. Ja, das stimmt. Ich habe halt Heilung auf Maximum geskillt. Das heißt, ich kann euch, wenn ich dazu komme, euch wieder zu beleben, sei ihr ruckzuck wieder fit. Kann ich ja gleich kaputt geben, das stimmt. Was ist denn das? Brand-Money? Ist die Brand-Money gut? Ist jetzt halt gegnern Brand, ne? Ja, aber mit. Hier ist nur ein Schnipper-Hutz. Schnüpper? Oh, Schnüpper. Schnüpper sind gut. Ich mag Schnüpper. Okay. Ich nehme den Zweipel. Ja. Warum sehe ich die eigentlich erst, wenn ihr mir die dann zeigt? Weil du... Also jeder von uns hat eigene Drops. Und wenn wir die nicht wollen, können wir die anderen dort geben. Ah, und wie sagen wir das denn? V. V. Ja. 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 Der hat mir das noch mal gemacht. Wo ist der Kerrig? Das wäre gar nicht so gut, was das kriegen kann. Nicht für die unendlichen Pfeile von hier. Komm zurück. Komm zurück. Nicht mehr lustiges Zeug. Nein, eine Tigerkanone. Das ist echt nicht... Eisiger Speer plus 8, was? Ich habe den ein bisschen Upgraded, aber ich habe gerade einen Speer gefunden, der mir im Endeffekt mehr bringt. Ich habe den ein bisschen Upgraded, aber ich habe gerade einen Speer gefunden, der mir im Endeffekt mehr bringt. Okay. Muss ich gucken, ob meine... Eigentlich ist meiner schlechter. Ja, meiner war schlechter. So. Ich brauche euch mal alles auf, was bei mir ist. Oh Gott, der ist eigentlich richtig gut. Ist das gut? Die Engels Aura ist theoretisch sehr gut, wenn du deinen Charakter richtig spielen würdest. Dann wäre wer gut? Dann wäre die Waffe sehr gut. Welche denn? Die Engels Aura. Ja, die Engels Aura. Aber warum wäre die Engels Aura gut, wenn er den Charakter richtig spielt? Weil er nämlich seinen Granaten für Fallseffekt macht und das Ding macht extrem viel Schaden auf allem, was für Fallseffekt drauf hat. Ah, okay, ja gut. Aber ich muss sagen, ich spiele den Charakter auch wenig mit Granaten. Wenn er nach Barme der meisten Spaß bei der Ranrafe den ganzen Aura scharf macht. Ja, aber ich benutze lieber die Spezialfähigkeit und gute Elementwaffen als die Granaten. Ja, aber die Granaten erlauben es dir ja, die Effekte drauf zu machen. Und dann kriegst du mit dem Bonusschaden den Bosen damit. Aber ja, ich spiele den auch gerne mit der Google. Ich spiele es halt meistens mit der Google und dann das Ding hinten her. Ich spiele den Fabrik Senfest. Ich spiele das gleich, was ich sch bleeding. Wenn ich den Keil kriege, dann bin ich schon tot. Einmal. Ist da auch noch ein Versteck, ne? Ja, das habe ich schon gesehen, das meinte ich ja. Da ist ein Versteck. Ich will erstmal kurz einsammeln, damit ich wieder Munition habe und alles. So, gut. Dann, gehen wir rein. Elite! Komm wieder. Komm wieder! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn noch? Oh mein Gott. Jaaaaaa. Ich habe mir den Schwerter ein bisschen Schaden drauf gemacht. Au! Was war das? Du weißt es nicht, aber ich glaube ich komme nicht rechtzeitig hin. Ne, ich bin tot. Ich glaube, sie hat einen Sniper erwischt. Er hat so viel Schuss. Ja, wir haben ihn gleich. Ich habe genug Geld, ich bleh putz dann beim Händler wieder. Ach, hier ist sogar ein weißer Gockel, den nehme ich mal mit. Nere Frage, kann ich dann trotzdem nochmal hier in dieses Versteck rein? Nein. Also, wenn es einen Händler gibt, hier auf der Ebene, dann ja. Könnt ihr das sehen auf der Karte? So groß ist die Karte nicht, ich kann gerne nochmal zurücklatschen. Ich latsche einfach mal hin. Ja. 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 Ja.